Hallo zusammen, hier ist wieder Heutschela und schaut euch wieder für euch in Battle for Assert unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um das erste Mount aus Patch 8.3 und zwar dieses schicke Alpaka-Mount, was ich euch hier zeigen möchte. Und ja, wie das geht, steigen wir gleich mal ein. Als allererstes schimpft sich das schlüpfriges Flinkhoof und das wird noch wichtig, denn wir müssen hier in der Zone Voldun einmal an verschiedenen Spots dieses Mount suchen. Das heißt nämlich komplett gleich, also auch hier wie das Mount an sich, schlüpfriger Flinkhoof, beziehungsweise wenn ihr einen englischen Client habt, dann heißt es Elusive Quickhoof und das könnt ihr euch dann quasi auch in ein Makro reinschreiben, in ein Target-Makro und das einmal suchen gehen. Oder, was ich euch empfehlen würde, dass ihr das Ganze in der Raid-Gruppe macht. Ihr könnt aber nicht einfach losziehen und es suchen, sondern ihr braucht vorher noch eine Ressource und zwar diese Ressource haben wir hier unten, gemischtes grünes Küstenblatt-Gemüse und dieses gemischte grüne Küstenblatt-Gemüse bekommen wir von allen Gemischtwaren-Händlern, die quasi Tortolaner sind. Einer von denen befindet sich immer hier schön auf dem Bronto-Mount drauf, da haben wir das hier, kostet 2,50 Gold, braucht nur eins übrigens. Oder ihr sucht euch einen anderen Tortolaner, wenn ihr das Mount nicht habt. Ich kann euch empfehlen, hier oben in dem Lager, da sind, ich glaube, zwei oder drei Tortolaner stehen da, einer von denen ist ein Gemischtwaren-Händler und die verkaufen euch das auch. Dann ist das recht easy. Dann würde ich euch empfehlen, ihr macht eine Gruppe auf, könnt auch ein Raid aufmachen und stellt euch an die verschiedenen Spots oder ihr sucht gleich mal hier im Tool nach einer Gruppe. Ihr könnt natürlich jetzt nach Alpaka suchen, da gibt es aber dann einige Gruppen und die meisten sind in Uldum, weil da gibt es auch einen Alpaka-Mount. Oder ihr sucht hier nach Voldun oder Volduner Alpaka, da könnt ihr mal gucken, ob eine Gruppe offen ist oder ihr macht selber eine auf und dann stellt ihr euch an die verschiedenen Spawn-Punkte ran. Ihr seht, ich habe hier einige Koordinaten mit TomTom, das ist ein Add-On, wo man sich quasi die Koordinaten auf die Map basteln kann mit so kleinen Punkten. Kann ich euch gern das Makro verlinken. Ich habe die Punkte auch nur aus VioW-Head quasi rausgesucht. Das kann sein, dass es da noch mehr gibt. Der aktuelle Stand sind jetzt diese zehn Punkte, beziehungsweise ich habe noch einen Elften gesehen, der ist etwa hier an der Position, wo ich stehe, bei 52,67. Da habe ich auch schon einen Mount gesehen, war leider zu langsam. Ich habe meinen Alpaka hier oben bekommen, bei dem neunten Punkt hier, bei 31,67. Wie gesagt, ich packe euch das Makro einfach in die Kommentare, könnt ihr euch rauskopieren. Add-On TomTom braucht ihr und dann habt ihr das auch schön auf der Map. Dann würde ich euch raten, macht eine Gruppe auf, verteilt euch und wartet auf das Alpaka. Wichtig zu wissen ist, nach aktuellem Wissensstand ist es so, dass das eine Respawn-Zeit von zwei bis acht Stunden hat, also relativ lang. Ich habe meins auch etwa so nach ein bisschen über zwei Stunden bekommen, wo wir gecampt hatten. Also ihr müsst hier ein bisschen Sitzfleisch mitbringen oder ihr seid natürlich lucky, joint eine Gruppe rein, das Alpaka ist da. Ist natürlich toll. Wie sieht es mit dem Alpaka aus? Hier habe ich jetzt mal noch meine Aufnahme, wo ich dementsprechend das Alpaka bekommen habe. Ihr seht, hier schlüpfriges Flinkhoof heißt es, hier in dem Zelt ist es quasi drin und es hat hier oben, wie ihr seht, einen Debuff, der zehn Minuten lang geht. Und nach zehn Minuten ist es weg. Also ihr habt diese Zeit zu füttern. Wenn ihr jetzt von Boralus als Allianzlor oder von Dazalor hierher fliegen wollt, schafft ihr das in den zehn Minuten easy. Also ihr könnt dann Freunde schnell einladen. Die können dann schnell hierher kommen und auch sich das Mount holen. Ja, wenn ihr noch den Karawanenbronto habt, stellt ihr den daneben auf. Die Leute können sich das kaufen, haben instant ihr Mount. Und ihr seht, wir sind hier in einer fast vollen Raid-Gruppe und dementsprechend konnten sich alle das Mount holen. Also da vielleicht mal immer ein bisschen umhören, ob das jemand gefunden hat. Dann könnt ihr es vielleicht mit wenig Farmaufwand euch auch holen. Ja, das war es eigentlich soweit mit dem Mount an sich. Noch ein kleiner Hinweis. Es gibt natürlich noch ein paar andere Mounts in derlei Hinsicht. Also die Alpaka-Mounts meine ich jetzt. Und zwar haben wir... Alpaka, hier haben wir es. Haben wir insgesamt drei Stück. Das ist jetzt hier das eine schwarze, das schlüpfrige Flinkhoof. Das ist das, was ich euch hier eben gezeigt habe. Dann gibt es noch ein bisschen, ja, eine helle Version. Hellbraun. Und dann gibt es hier noch ein bisschen eine dunkelbraunere Version. Zu denen werde ich dann auch nochmal Videos machen. Das eine, sei schon mal gesagt, kann man in Uldum holen. Deswegen gibt es da auch andere Gruppen, wo man dann nochmal einen Alpaka in Uldum finden muss. Und dann gibt es hier nochmal eins aus Uldum, was anscheinend von dem World Boss droppen soll. Da werde ich dann aber auch nochmal ein Video zu machen. Ja, das war es soweit mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Ich zeige hier nochmal die Punkte für die Leute, die sich jetzt TomTom nicht holen wollen und einfach die Punkte an sich abfliegen möchten. Aber wie gesagt, Addon bzw. die Koordinaten packe ich euch in die Infobox. Und dann könnt ihr euch das aufwarten. Und ich drücke euch die Daumen, dass ihr nicht so lange warten müsst wie ich. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.